Wir kommen nun zu dem Thema, die letzte prophetische Bitte. Ich bin schon gefragt worden, ja wo steht die denn? Wahrscheinlich im letzten Kapitel der Bibel, in den letzten Versen. Offenbarung Kapitel 22, Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und jetzt die Antwort der Gläubigen darauf, Amen, komm, Herr Jesus. Haben Sie das heute schon gebetet? Gestern, diese Woche, vergangenen Monat. Amen, komm, Herr Jesus, die letzte prophetische Bitte. Mir kam eine Geschichte in die Hand, darin heißt es, der Theologe Samuel Keller war einmal im Zug unterwegs und er las in der Bibel. Und da sagte ein Mitreisender zu ihm, dem das aufgefallen ist, aber das Buch ist doch altmodisch und überholt. Und darauf antwortete Keller, stellen Sie sich einmal vor, lieber Herr, es erscheint eines Tages ein Buch mit unwahrscheinlichen Prophezeiungen für die nächsten vier Jahre. Alle Leute lachen über das Buch. Aber dann gehen im Jahr darauf die ersten Prophezeiungen in Erfüllung. Die Leute sagen, das ist Zufall. Aber nun gehen auch die Prophezeiungen im zweiten und dritten Jahr in Erfüllung. Was würden Sie daraus schließen? Der Mitreisende antwortete, ich würde daraus entnehmen, dass dieses Buch doch die Wahrheit sagt und die restlichen Prophezeiungen auch in Erfüllung gehen. Darauf, Keller, so ist es mit der Bibel. Nur, dass die Prophezeiungen viel weiter gehen als auf nur vier Jahre, nämlich auf einige tausend Jahre. Etwa drei Viertel aller biblischen Prophezeiungen sind schon erfüllt. Da würde ich nicht sagen, dass dieses Buch überholt ist, sondern ich würde als sicher annehmen, dass auch das Letzte erfüllt wird. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Diese letzte prophetische Bitte am Ende der Bibel, die der Heilige Geist ins Wort Gottes hineingesetzt hat, drückt aus, was dem Allmächtigen Gott wichtig ist. Und es drückt auch aus, was der Allmächtige Gott möchte, wie wir darauf reagieren. Ja, ich komme bald. Und er will unser Amen. Er will unsere Sehnsucht, unsere ganze Hoffnung, unsere ganze Erwartung auf diesen großen Tag. Wer von Ihnen verheiratet ist, weiß das, ein bisschen zu schätzen. Was das bedeutet, auf einen großen Tag zu warten, auf den er sich freut. Alle Prophezeiungen und alle Verheißungen der Bibel, alle biblischen Offenbarungen, der gesamte Heilsplan Gottes, sein Ratschluss, wie man auch sagt, der komplette Ratschluss. Aber auch alle menschlichen Entwicklungen, sage ich, über Jahrtausende hinweg, münden in dieses eine große, ja, ich komme bald. Alles, was geschieht, auch auf der politischen Bühne, alles, was geschieht, mündet in dieses große, ja, ich komme bald hinein. Und die Antwort der Gemeinde Jesu kann nur sein, muss sein, Amen, komm, Herr Jesus. Die gesamte Schöpfung, wissen wir aus den biblischen Büchern, sehnt sich nach diesem Tag. Ich glaube, die himmlischen Heerscharen sind auf diesen Tag fixiert. Die dämonischen Heerscharen zittern vor diesem Tag. Und die Ereignisse rufen danach, komm bitte bald. So geht es nicht mehr weiter. Ich habe drei Hauptpunkte. Der erste, warum haben wir eigentlich heute mehr Grund denn je, an die baldige Wiederkunft Jesu zu glauben? Ich meine, wir verkündigen es ja jetzt schon lange. Unser Missionswerk Mitternachtsruf, Breckerfeld übrigens auch, 60 Jahre. Wird das verkündigt? Warum tun wir das? Und er ist immer noch nicht gekommen. Lag man jetzt verkehrt? Ich werde Ihnen versuchen zu zeigen, dass das nicht der Fall ist. Im Gegenteil. Warum haben wir heute mehr Grund denn je, auf die baldige Wiederkunft Jesu zu hoffen? Weil, und da haben wir schon die Antwort, weil wir heute die gleiche Situation haben, und wir werden nachher noch näher darauf eingehen, wie bei der ersten Ankunft Jesu. Im ersten Jahrhundert nach Christus waren die Gegebenheiten ähnlich, oder ich gehe mal einen Schritt weiter, parallel zu den Ereignissen des letzten Jahrhunderts. Erstes Jahrhundert, letztes Jahrhundert. Damit sage ich jetzt nicht, der Norbert hat gesagt, wir leben im letzten Jahrhundert. Also kommt der, wäre ja schön, ne? Aber das wissen wir natürlich nicht. Aber die Ereignisse, die prophetischen Ereignisse, die Entwicklungen, ähneln heute in diesem letzten Jahrhundert, in dem wir jetzt schon eine Zeit lang leben, ähnlich den Ereignissen im ersten Jahrhundert. Jetzt machen wir mal einen Blick so in das erste Jahrhundert hinein, in das jüdische Volk, in das jüdische System, in ihre Religiosität. Aufgrund der Daniel-Visionen, und viele Juden kannten ja ihre Bibel, wussten sie, dass das Reich Gottes bevorstand. Das wussten die aufgrund der prophetischen Bücher und ganz besonders aufgrund des Daniel-Buches. Und deshalb standen damals in Israel, als Jesus das erste Mal geboren wurde, auch nicht wenige tatsächlich in Erwartung. Die Weisen aus dem Morgenland zum Beispiel, die kamen wegen dem Stern, weil sie den Stern sahen. Aber sie hatten eine Vorgeschichte, sie hatten mehr Erkenntnis. Daniel hat in Babylon gelebt, er hat die Prophetie gekannt und die Prophetie verkündigt. Die waren informiert und jetzt sahen sie den Stern. Ein Stern wird aufgehen von Jakob. Und da dachten die tatsächlich, da muss der Messias geboren worden sein. Und sie kamen nach Bethlehem. Oder denken wir an Simeon. Simeon, dieser alte Mann im Tempel, der Jesus segnete, er stand in Erwartung. Jetzt haben meine Augen deinen Heiland gesehen. Oder denken wir an Hannah. Hannah auch, diese über 80-jährige Frau, die im Tempel diente Tag und Nacht, betete und fasste. Und sie sah den Herrn Jesus. Und sie erzählte in ganz Jerusalem zu allen, die auf ihn warteten. Ja, warum warteten die denn? Was für einen Grund hatten die eigentlich damals, Jesus in ihrer Zeit zu erwarten? Was meinen Sie? Ganz einfach, die prophetisch-biblischen Bücher. Und da bleibe ich jetzt mal bewusst bei Daniel stehen. Aufgrund von dem Daniel-Buch wussten die Juden, jetzt ist die Zeit reif, dass der Messias kommt. Dass das Reich Gottes anbricht. Ich nehme jetzt nur mal zwei Beispiele. Daniel Kapitel 2, da haben wir die Vision des Nebukadnezzars über die Statue. Im Daniel-Buch Kapitel 7 haben wir die Vision, die Daniel bekommt, über die vier Tiere, gleich vier Weltreiche. Und dem Daniel wird erklärt, wenn das vierte Weltreich da ist, dann kommt Gottes Reich. Und dann kommt sein Messias, der Menschensohn aus Psalm 2 oder aus Daniel Kapitel 7. Der Sohn Gottes. Und jetzt, natürlich, die wussten, also da kommen drei Weltreiche. Das babylonische Weltreich, das medopersische Weltreich, das griechische Weltreich und dann kommt ein nicht genanntes Weltreich, das wird noch viel größer sein, viel kräftiger, viel mächtiger und in diesem vierten Weltreich bricht das Reich des Messias an, das dann die ganze Welt einnehmen würde. Und jetzt ist doch ganz klar, es liegt auf der Hand. Das wussten die Juden. Okay, drei Weltreiche sind ja bereits Geschichte. Das babylonische Reich war untergegangen, das medopersische Reich gab es nicht mehr, das wussten die alles, glasklar. Das griechische Reich gab es auch nicht mehr und anstelle des griechischen Reiches standen sie jetzt unter der Herrschaft eines viel größeren, viel mächtigeren Weltreiches, nämlich des römischen Weltreiches. Und jetzt wussten wir, das Reich ist da, das vierte. Also kommen wir damit auch in die Sphäre, dass das Reich Gottes bald anbrechen würde. Und darum haben viele gewartet. Und genau das war ja dann auch die Botschaft von Johannes dem Täufer. Das Reich Gottes ist da, tut Buße, es steht vor der Tür. Jesus tritt selber auf. Wir haben in den letzten Monaten viel darüber geredet. Jesus steht selber auf und sagt, tut Buße, das Reich Gottes ist da. Dann schickt er seine Jünger aus durch ganz Israel und er sagt, verkündigt ihnen, dass das Reich Gottes da ist, dass es nahe vor der Tür ist, dass es jetzt anbricht, anbrechen soll. Und mit dieser Botschaft sind die los. Und damals dann auch, als die neutestamentlichen Bücher, die apostolischen Bücher entstanden. Ja, die haben das ja alles gesehen und miterlebt, die Apostel. Und die haben damals wirklich auf Jesus gewartet. Das war vom Heiligen Geist inspiriert für alle Zeit. Aber die haben selber wirklich geglaubt, jetzt ist es da, jetzt kommt der Herr bald. Der Richter steht vor der Tür. Und darum, das ist auch die Antwort darauf, dass wir damals schon Endzeit hatten. Es gibt ja etliche Bibelstellen. Paulus sagt das im Korintherbrief. Petrus sagt das im ersten Petrusbrief. Da ist regelrecht die Rede von, denn jetzt ist auf uns das Ende der Tage gekommen. Warum? Weil es war alles da. Jesus wurde verworfen. Und Gott hatte einen geheimnisvollen Plan. Davon wusste keiner was. Nicht mal die Apostel. Erst nach Pfingsten, laut Epheserbrief, wurde ihnen das erst nach Pfingsten offenbart. Der geheimnisvolle Plan bestand in einer weltweiten Gemeinde. Jetzt wurde alles auseinander dividiert. Es war damals schon Endzeit. Aber es kam der Geheimnisplan Gottes dazwischen. Die Gemeinde Jesu. Gott sei Dank. Wir müssen gar nicht traurig sein, oder? Und heute 2000 Jahre nach diesen Ereignissen leben wir wieder am Ende der Endzeit. Wir haben, wenn ich das mal so sagen darf, einer Zeit haben wir schon 2000 Jahre Endzeit. Aber ich sage mal, in Verbindung mit dem ersten Jahrhundert, ich hoffe, Sie verstehen mich, kann man heute sagen, heute haben wir wieder Endzeit. So wie damals im ersten Jahrhundert Endzeit war, als Jesus das erste Mal kam, so haben wir heute wieder Endzeit, die gleiche, parallel. Damals gab es ein Vereinigtes Römisches Reich. Gar nichts Neues, was ich sage, aber ich möchte Ihnen das nur so in Erinnerung rufen. Ja, es gab einen großen Wirtschaftsraum, globaler Handel, wie es vorher nie der Fall gewesen ist. Griechisch war das Englisch der Antike, könnte man sagen. Die Grenzen waren größtenteils aufgehoben. Es gab so eine Art Schengener Abkommen. Wenn ich Römer war, da konnte ich ohne große Hindernisse durch die Gegend reisen. Das war jetzt schwierig. Ich kam mit zwei Gänsen in die Endzeit. Ja gut, jetzt habe ich angefangen. Ich kam mit zwei Gänsen gereist über Ungarn. Die hatte ich da gekauft für Weihnachten, Familienfest. Und da kam ich an den Schweizer Zoll und da frug die mich doch glatt, was haben Sie an Ware anzumelden? Wir sagen Jonathan nicht, zwei Gänse. Was? Zwei Gänse? Haben Sie die selber geschossen? Ich sage, nein, die habe ich da gekauft. Ja, wie viel wiegen die denn? Ja, ich sage, eine wiegt fünfeinhalb Kilo. Wir hatten schon hochgerechnet. 230 Kilo, äh, 230 Franken. Gebühr. Außer was die schon gekostet haben. Ja, zeigen Sie mal alle Ihre Ausweise, Papiere, und dann ist sie weggegangen und nach 10 Minuten, 15 Minuten kam sie wieder zurück und so, ah, ist gut, Herr Lied, fahren Sie weiter. Halleluja. Halleluja. Ja, nebenbei. Vielleicht zur Auflockerung, ja. Also, damals gab es auch so ein Schengener Abkommen. Es existierten in den damaligen Verhältnissen ein nie dagewesenes Verkehrssystem, Straßen, Kommunikation, Infrastruktur. Kenner sagen, die Post verlief zur Zeit Roms mindestens so gut wie heute. Ja, ja, ihr Postpötler. Haben wir hier welche? Gebt mal Dampf. Rechtswesen, Kulturaustausch. All das war da. Und man sagt, der Wohlstand im Römischen Reich zur Zeit Jesu war so groß für die allgemeine Menschheit, wie es erst wieder heute in unserer sogenannten Endzeit der Fall ist. Auch die moderne Gesetzgebung, Rechtsprechung, alles das gründet sich auf Rom. Heute, ich möchte, das darf mich jetzt nicht so lange aufhalten, heute ist das Bestreben der Welt darauf ausgerichtet, ein Reich hervorzubringen. mag es heißen, wie es will, ob es wieder Rom heißt oder anders, es wird wahrscheinlich viel größer sein als das Römische Reich, viel mächtiger noch, vielleicht andere Dimensionen haben über die Grenzen des damaligen Römischen Reiches hinaus, aber wir merken, Rom wird, wie es die Propheten auch angekündigt haben, irgendwie so, es wird zu einer Art Auferstehung kommen und die Entwicklungen gehen ganz in diese Richtung. Muss ich Ihnen jetzt keine aktuellen Sachen, das kriegen Sie selber mit in den Medien jeden Tag, oder? An der Spitze, zweitens an der Spitze dieses damaligen Römischen Reiches und damit wurde eigentlich das Römische Reich erst zum Römischen Reich. Die Entwicklungen gab es ja schon vorher, aber erst als dieser Mann an die Macht kam, war Rom Rom. Und dieser Mann hieß Gott gleich, Kaiser und Cäsar, er lebte zur Geburtsstunde Jesu Christi, er hieß Augustus. Kaiser Augustus. Eigentlich hieß er anders, er hieß ja Julius Cäsar Octavianus. Er wurde zum ersten römischen Kaiser gewählt und eingesetzt und unter ihm kam es unter diesem sogenannten Pax Romana. Also man könnte sagen, erst mit Augustus wurde Rom eigentlich Rom. Die Entwicklungen waren schon da, aber als er an die Macht kam, da war plötzlich Bom. Und überlegen Sie mal, ausgeregt genau, wie die Propheten es angekündigt haben, wird da, kommt tatsächlich der Sohn Gottes. Ist doch herrlich. Er wurde zum Cäsar berufen, wie gesagt, er bekam den Ehrennamen Augustus, der Erhabene oder sogar Anbetungswürdige und er wurde zum ersten römischen Alleinherrscher ernannt. Das gab es vorher nicht. Und sogar als Gott von einem Gott abstammend bezeichnet. Da macht es Klingeling, Und genau da kommt der wahre Sohn Gottes. Perfekt. Der wahre Sohn Gottes, Gott von Gott abstammend. Und wir wissen aus den biblischen Zusammenhängen, dass sich das wiederholen wird. Heute ist man dabei, ein Reich aufzubauen, aber es es hakt und hinkt und 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 ist so schwerfällig an allen Ecken und Kanten. Aber wenn dann der richtige Mann kommt, aus dem Nationenmeer, Römer, Entschuldigung, Offenbarung Kapitel 13, dann kommt es aber ganz schnell. Und das könnte jeden Tag soweit sein. Aus dem Nichts. Damals existierte ein jüdischer Staat im jüdischen Land. Und? Ist doch klar. Nee, ist nicht klar. Ist nämlich gar nicht so einfach gewesen. Ist gar nicht so einfach gewesen. Denn wir müssen ja bedenken, die Juden waren zuvor in einer 70-jährigen Gefangenschaft gewesen in Babylon. Und wenn Gott da kein Wunder getan hätte und das nicht den Königen damals ins Herz gelegt, wäre, ich sag mal ganz plump, wäre Israel in Babylon vergammelt. Untergegangen. Zehn Stämme waren ja sowieso schon weg. Mehr oder weniger. Nicht alle, aber die Stämme schon. Es gab noch Vereinzelte in Israel, aber im Großen und Ganzen schon durch die assyrische Gefangenschaft, die babylonische Gefangenschaft. Aber was tut Gott? Er macht alles genau richtig. Er tut ein Wunder. Die Juden kommen zurück aus der 70-jährigen Gefangenschaft wieder in ihr Staat, kriegen ihr Land, kriegen ihre Stadt wieder, kriegen alles wieder, kriegen alles wieder und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er kam genau richtig. Der jüdische Staat musste aber wieder her. Wenn man heute in der Steigerung von einem Wunder reden könnte oder sprechen würde, dann würde ich sagen, das Wunder im 20. 21. Jahrhundert kann kein anderes sein als von Gott. fast 2000 Jahre zerstreut in aller Welt. Inquisitionen, Pogrome, Holocaust, alles haben sie überlebt. Ungefähr 76% aller europäischen Juden wurden ermordet. 76% Doch Gott auch nach dem Prophetenwort Jesaja zum Beispiel Kapitel 6 erhielt einen Samen übrig und er führt den Rest zurück in ihre Heimat und lässt sie wieder zu einer eigenständigen Nation werden und heute, wenn ich mich nicht irre, sind es wieder ungefähr 7 Millionen, zwischen 6 und 7 Millionen Juden im eigenen Land und sie haben diesen Status wieder Staat Nation Warum denn? Sehen Sie, wir alles zusammen parallel zum ersten Jahrhundert und da sind wir bei etwas, das hat mich so erregt, ich weiß nicht, das kennen Sie wahrscheinlich, kann ich jetzt nicht lange darauf eingehen, 3. Mose Kapitel 23, da werden die Feste des Herren für Israel erwähnt und man weiß im Allgemeinen, das sind alles prophetische Feste. Das beginnt mit dem Passafest, Prophetie Golgatha, beginnt mit dem ungesäuerten Brot, Prophetie auf Jesus Golgatha der Sündlose, Erstlingsfest, Auferstehung Jesu, Pfingsten, Pfingstfest, genau 50 Tage danach, nach dem Passa, was ist Pfingstfest? Ist doch klar, prophetisches Pfingstfest, ist ja schon Gemeinde mit eingepackt und dann gibt es ein Fest, das heißt das Fest des Lärmblasens und da weiß man nicht so richtig, ja was ist das jetzt so ein Fest? Eigentlich das einzige Fest, das man nicht so richtig deuten kann, alles andere kann man glasklar deuten, Passa Golgatha zum Beispiel, das Lamm oder Pfingsten ist auch ganz klar, aber dieses Lärmblasenfest, was ist das? Und wenn Sie da mal ein bisschen lesen und so, ich habe das gemacht, hier 3. Mose 23, 23, 25, dann Kapitel 25, 8 bis 13, da merken Sie, und das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, das sagen andere Ausleger auch, das Fest des Lärmblasens hat zu tun mit der Widersammlung der Juden, zurück in ihre Heimat, sie bekommen ihr verlorenes Gut wieder erstattet. Also könnte man sagen, ja Pfingsten, das passt ja auch genau, Pfingstenentstehung der Gemeinde und irgendwie am Ende der Gemeinde kommt es zum Fest des Lärmblasens, dass also die Juden zurückkehren in ihre Heimat, muss ja kommen, muss ja passieren. Und da lese ich doch jetzt im Faktum, da heißt es diesbezüglich, dass Israel, also wenn diese Nachricht dann stimmt, aber da gehe ich mal von aus, dass Israel hat einen neuen Feiertag eingeführt oder sind dabei diesen einzuführen und zwar den Tag der Neueinwanderer, der Sammlung Israels, der Aliyah-Tag und Präminierminister Benjamin Netanjahu hat dazu gesagt, Aliyah ist die Grundlage des Staates Israels und eine Erfüllung der biblischen Prophetie des jüdischen Volkes, das zurückkommt in sein Land und es auferbaut. Und das hat mich so erregt, da habe ich mir gedacht, ja könnte es denn sein, ich weiß es ja nicht, aber könnte es denn sein, dass jetzt dieser Feiertag, der jetzt eingeführt wird, auch diese prophetische Erfüllung hat, wie die anderen Feiertage, die es ja schon gibt, Passa, erst links fest, nachher kommt und nach diesem Lärmblasenfest, die Sammlung Israels, kommt der Tag der Versöhnung, da tut Israel Buße und bekehrt sich und dann warten sie, dass der hohe Priester aus dem Heiligtum kommt, ja Jesus kommt zurück und dann kommt das Laubhüttenfest und das ist der Tag der Ruhe des Volkes, sprich des messianischen Reiches, also es geht alles auf. Interessant. Im ersten Jahrhundert damals entstand ziemlich schnell eine messianisch gläubige Gemeinde in Israel und diese war sehr angefochten, ganz besonders von Seiten der Juden, das muss man einfach so sehen, müssen nur mal die Apostelgeschichte lesen, wir wehren uns manchmal so gerne dagegen, ja immer nur sind die Juden verfolgt worden, angefangen hat es, bitte entschuldigen Sie, kann ich auch nicht für, angefangen hat es damit, dass die Juden die Gemeinde verfolgt haben und wie und wie bis in die Städten hinein der Ausländer, bis nach Thessalonich und was weiß ich wohin, ja, besonders von orthodoxer Seite haben wir heute auch wieder die Zahl der messianisch gläubigen Juden in den letzten 100 Jahren, besonders seit der Staatsgründung, ich weiß gar nicht, ob es vor der Staatsgründung schon messianisch gläubige Juden in Israel gab, danach dann auf jeden Fall und dann ist das stetig gewachsen, heute sagt man, es wächst sehr schnell, die messianisch gläubige Gemeinde in Israel und sie kämpft und evangelisiert, sie lässt sich nicht erschüttern, aber sie ist wieder angefochten und zwar wieder von orthodoxer Seite, genau wie damals, genau wie damals. Dann setzte schon bald ein Glaubensabfall ein, wo die Apostel vorgewarnt haben und sie bezogen das dann auch auf Endzeit, viele werden vom Glauben abfallen, viele werden dämonischen Lehren anhängen und das sollst du auch bewissen, dass in den letzten Tagen so und so und so und so und doch dann kam es ja auch noch wieder zu Erweckungen später, manches hat sich geändert, es kam zu Reformationen, aber heute könnte man wieder sagen, okay, wir leben wieder in dieser Zeit, wo der Glaubensabfall rasant zunimmt, ja, das sind Fragestellen der Bibel von theologischer Seite her, von christlich-kirchlicher Seite her, ob die jetzt wiedergeboren sind oder nicht, das lassen wir da hinstehen, aber vor Jahrzehnten hat noch jeder, selbst jeder ungläubige Pfarrer hat irgendwie gesagt, ja, das ist doch Wort Gottes und so, aber heute, ja, nix. Dann, Verfolgung von Juden und Christen in den ersten Jahrhunderten bis ins vierte Jahrhundert kann man sagen, wird so grob gesagt, bis Kaiser Konstantin an die Macht kam, dann hat sich das Blatt gewendet, wenn man jetzt heute in den letzten Jahrzehnten, also die Verfolgung der Gemeinde Jesu und der Hass gegenüber dem Judentum parallel, auch da muss man sagen, hat unheimlich zugenommen, also heute sollen ja um die 200 Millionen Christen in 60 Ländern schlimm verfolgt werden. Denken wir nur mal an Nordkorea, denken wir an den Iran, an andere kommunistische Länder, an diktatorische Länder, vor allem an islamische Länder, also es ist wirklich schlimm, was da geht und ja, die Juden, das wissen wir auch, es gab damals schon einen allgemeinen Judenhass, der zugenommen hatte, der ging dann so weit, interessanterweise ausgerechnet in der Christenheit, ja, nachher, das begann dann mit den ersten christlichen Kirchenvätern oder wie man sie so nennt, die fingen damit eigentlich schon an, die kannten ja die Bibel, aber die haben dann Israel alle Verheißungen geraubt, ja, auch der römische Staat war dann gegen das Judentum und so weiter und dann hat man gesagt, jetzt ist Ersatztheologie da, die christliche Kirche oder die Gemeinde Jesu hat alles übernommen, was eigentlich Israel mal gegeben worden war. Nachher, später, in den späteren Jahrhundert kamen die Freikirchen, die haben das dann wieder rückgängig gemacht für sich, weil sie zurückkehrten zur Bibel, aber das war so die Situation und heute haben wir es wieder ähnlich, dass sogar freikirchliche Institutionen sogar Bibelschulen ja, den Staat Israel oder Zionismus und der gleichen ablehnen und die Theologie, die Ersatztheologie nimmt eigentlich oder auch Bundestheologie ist eigentlich wieder im Kommen und man ist übrigens auch gegen Dispensationalismus zunehmend die Halszeiten Unterscheidung aber die müssen wir unterscheiden wie Freddy so ganz wunderbar gesagt hat das auf Punkt gebracht sonst können wir die Bibel nicht einordnen wenn ich nicht an die Halszeiten glaube dann hat Israel keine Chance aber glaube ich an die Halszeiten dann weiß ich das geht noch wunderbar weiter also es scheint ganz so dass unsere Zeit in allen Teilen eine große Parallele aufweist zu der Zeit beim ersten Kommen Jesu und das muss so sein weil damit wird jetzt die Bühne geschaffen für den großen endgültigen Auftritt unseres Herrn Jesus Christus als Herr aller Herren und König aller Könige damals kam er als die Zeit so reif war und heute kommt er vielleicht bald wieder der diese Dinge bezeugt spricht ja ich komme bald Amen komm Herr Jesus und da ist der zweite Hauptpunkt was bringt uns denn überhaupt die Wiederkunft Jesu was bringt uns die Wiederkunft Jesu einmal dann hat das Warten ein Ende ganz einfach wir bestehen ja unser Leben lang auf Wartende oder wir sind kaum gezeugt da müssen wir schon neun Monate warten ja und dann warten wir bis wir die ersten Schritte machen können oder nicht mehr in die Windel und dann warten wir auf den ersten Schultag und dann warten wir auf die Lehrausbildung und dann warten wir aufs verliebt sein und dann warten wir im verliebt sein warten wir auf die Hochzeit und dann warten wir auf Kinder und so warten wir und warten wir und warten wir und warten wir Gemeinde Jesu wartet Mensch ist das schön Weihnachten ich bin ja für Weihnachten ich liebe Weihnachten ich finde das herrliches Fest mich so an Jesus erinnert an die Gabe Gottes auch die Enkel wir waren mit denen weg als Großfamilie die Enkel alle fünf Minuten gibt's jetzt Geschenke gibt's jetzt endlich Geschenke und wir nee jetzt machen wir erstmal das jetzt machen wir erstmal das jetzt kochen wir erstmal essen jetzt packen wir mit dem Opa und nachher nachher gibt's jetzt Geschenke ja schlimm also wir haben uns als Familie vorgenommen das machen wir nie wieder so die kriegen zuerst ihre Geschenke und dann wird gegessen ja warten und wenn dann der große Moment da ist und die kriegen ihre Geschenke und das Warten hat ein Ende ja eine unserer Töchter hat 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 Advent die war so auf Advent gestrimmt dass sie sich gedacht hat wenn der vierte Advent das ist Weihnachten und meine Tochter oder unsere Tochter wusste doch nee nee dann geht's noch ein paar Tage und das musste sie ihrer Tochter erklären du hör mal wenn dann der vierte Advent ist die vierte Kerze dann dauert das noch vier Tage oder so ah sonst wäre die enttäuscht gewesen die hätte da mit ihr geschenken gerechnet ja warten wenn Jesus wiederkommt wir leben im vierten wenn Jesus wiederkommt hat das Warten ein Ende meine Seele wartet auf den Herrn von einer Morgen Wache bis zur anderen dann sind alle Versprechen mit einem Mal erfüllt da können wir alle Geschenke auspacken im Himmel dann wird der endgültige Sieg über Satan Sünde und Tod sichtbar heute haben wir kein tausendjähriges Reich heute ist der Teufel los in unserer Welt die Bibel ist da ganz nüchtern die sagt im Epheserbrief 2 2 über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde dass die dort herrschen und da heißt es jenem Geist der bis heute in denen am Werk ist die nicht bereit sind zu gehorchen ganz nüchtern der Teufel regiert die Welt der Teufel regiert die Regierenden der Teufel regiert die Politik die Medien bis in die Familie hinein das eigentliche Zeitproblem das wir haben das kommt vom Teufel in in und und durch Menschen die Jesus nicht recht geben die Jesus nicht in ihr Lebenshaus aufnehmen und damit befreit werden von dieser Macht alle alle Süchte aller Egoismus alle Untreue aller Abfall aller Hass der zunehmende Widerstand gegen Gott der Terrorismus das Flüchtlingselend die Ratlosigkeit im großen globalen aber auch hier im eigenen Herzen der Krieg das nicht befreit werden das gekettet sein geht alles von der Sünde aus der Tod herrscht der Teufel obwohl er theoretisch und auch wirklich schon besiegt ist aber es wird dann erst noch in die Praxis ganz in die Praxis umgesetzt wer an Jesus glaubt erfährt das heute schon aber Jesus hat gesagt ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen das kommt noch aber er hat es damals schon gesehen im Blick auf Golgatha die Wiederkunft Jesu die holt uns in eine neue Welt in der Gerechtigkeit herrscht seine Regierung und damit ja dann auch sein Friede wo Gerechtigkeit herrscht da regiert Friede ach das haben sich die Menschen die Nationen auf die Fahnen geschrieben Frieden sie geben Milliarden dafür aus sie geben Resolutionen aus sie setzen sich hin und sie haben blaue Helme und alles mögliche aber keinen Frieden warum denn nicht weil alle doch irgendwo egoistisch sind und von der Sünde gesteuert und von Satan gesteuert darum kann die Welt ohne Gott keinen Frieden produzieren obwohl sie diese immense Sehnsucht in sich hat wie die einzelnen Menschen ein einzelner Mensch hat Sehnsucht in seinem Herzen aber er bringt es vielleicht nicht oder noch nicht fertig an Jesus Christus zu glauben das ist eine Hürde und das ist ein Kampf klar weil der Satan ist eine Realität da müssen wir uns nichts einbilden aber wenn er diese Hürde mal genommen hat ja da kommt etwas in sein Herz hinein das ich glaube ich habe es vor Wochen mal erlebt ein älterer Herr sagte mir da bin ich in den Wald gerannt ich hätte die Bäume ausreißen können was da passiert ist mit mir Jesus springt alle Ketten und das wenn er wieder kommt dann bringt er die endgültige sichtbare Erlösung für alle die an ihn gläubig sind die Vollendung er holt seine Gemeinde zuvor schon zu sich er will in ihr später offenbar werden sie wird dabei sein sie soll dabei sein wenn er in Herrlichkeit wiederkommt es heißt und wir werden mit ihm offenbar werden in seiner Herrlichkeit das wird dann alles wahr wir werden ihn sehen wie er ist wir werden ihm gleich sein wir werden nicht mit der Welt gerichtet im Gegenteil wir werden vorher vor dem Zorn Gottes so meinen wir es von dieser Erde weggenommen und wir werden erhoben und wir werden zu rechten Gottes sitzen in Christus Jesus über alle Himmel erhoben aber muss ich auch erwähnen die einzelnen gläubigen werden aber auch vor dem Richterstuhl Christi beurteilt und dementsprechend Lohn empfangen oder Schaden leiden das darf man nicht unterschlagen es muss alles offenbar werden es geht jetzt nicht mehr darum noch mal Vergebung zu bekommen für irgendwas oder dies oder jenes jeder der an Jesus Christus glaubt und wiedergeboren ist hat Vergebung der Vergangenheit Gegenwart und Zukunft aber im täglichen Leben brauchen wir immer wieder Reinigung Korrektur ja und da müssen wir auch dem Herrn bekennen das ist nicht in Ordnung bitte nimm das weg und dann in der Ewigkeit da geht es dann um die Treue um die Motive um Hingabe das wird alles geprüft um ein aufgeklärtes Leben niemand von uns niemand niemand kommt perfekt ans Ziel also ich jedenfalls nicht niemand kommt perfekt ans Ziel aber dann wird alles aufgeklärt geklärt und verklärt damit alles geklärt ist dafür ist der Preisrichterstuhl da Teil daran hast du sowieso schon an dem Lauf du gehst nicht verloren wenn du an Jesus Christus glaubst und von neuem geboren bist aber jetzt soll alles geklärt werden alles aufgeklärt werden alles bereinigt sein auch die zwischenmenschlichen Beziehungen zum Beispiel alles durchs Feuer der Läuterung und es wird nichts unklar bleiben und dann muss auch das geklärt werden wofür wir zu stolz waren es hier schon zu klären Auseinandersetzungen brüderlichen Zwist Lieblosigkeit Missverständnisse die wir nicht geklärt haben verschiedene Ansichten oder Neid Missgunst man hätte sich doch mal zusammensetzen können können Mensch Bruder oder liebe Schwester in der Frauengruppe da ist doch irgendwas mit uns da wollen wir das nicht jetzt klären darüber beten und das ausräumen ja dann wird es da nicht mehr geklärt und wenn es nicht geklärt wird dann müssen wir es klären da oben ist der Preisrichterstuhl also bitte klären Sie klären Sie die Wiederkunft Jesu bringt den Himmel auf werden die Wiederkunft Jesu bringt Gerechtigkeit und Gericht aber ich schließe diesen Punkt jetzt ab um noch ganz kurz zum letzten zu kommen darum sind wir aufgerufen das ist der dritte Punkt Offenbarung 22 20 ernst zu nehmen dafür zu beten Amen komm Herr Jesus wir können die Wiederkunft Jesu nicht berechnen aber wir sollen alle Zeit mit ihr rechnen wir können sie nicht berechnen aber wir sollen alle Zeit mit ihr rechnen wir sind ermahnt seine Erscheinung zu lieben wir sind ermahnt dafür zu beten wir sind ermahnt dafür sie zu erwarten die Bibel ist voll davon wir sind ermahnt uns damit gegenseitig zu trösten denn sie ist absolut wahr die Erwartung der Gemeinde ist keine Sonderlehre die Erwartung der Gemeinde ist nichts schwärmerisches sie ist absolute dogmatische Wahrheit und verankert in der Gesamtlehre der Heiligen Schrift sie gehört vom ersten Buch Mose dazu jemand hat einmal geschrieben ich lese das wir haben die Gewissheit unser Herr kommt kein Gerücht des sensations hungrige Leute in die Welt gesetzt haben wir haben die Gewissheit und die Erwartung der Gemeinde entspringt der Aussage Jesu deshalb ja ich komme bald das ist doch die einzige normale gegebene richtige Reaktion auf sein auf das was von ihm kommt hört ich komme bald und und ja Amen kommen Herr Jesus befassen sie sich mit der biblischen Prophetie da liegt ein Segen drauf nicht als Steckenpferd aber sie ist so wichtig wie die Lehre von der Liebe wie die Lehre von der Sünde wie die Lehre von der Vergebung wie die Lehre der Gemeinde an sich oder die Lehre über Israel so gehört auch die Lehre über die Wiederkunft Jesu dazu und da müssen wir auch zu den ersten Jahrhunderten zurück oder zum sind ja bekannte Sätze ich lese sie von einer Anne van de Beil ich denke das ist eine Holländerin oder Belgierin die hat gesagt oder vielleicht sogar ein Mann ich weiß gar nicht sowas Gutes können nur Frauen sagen komm die Urgemeinde lebte so als ob Jesus gestern gestorben wäre die Urgemeinde lebte so als ob Jesus heute auferstanden wäre die Urgemeinde lebte so als ob Jesus morgen wieder kommen würde die Bibel sagt uns das am Ende des Wortes Gottes siehe ich komme bald Paulus als Nationenapostel sagt es am Ende seines Lebens habt die Erscheinung Jesu lieb der Apostel Petrus sagt es auch am Ende seines Lebens im zweiten Petrus Brief mein Abschied liegt bevor darum rufe ich euch in Erinnerung haltet fest das prophetische Wort man kann sagen das ist wie drei Testamente die Bibel an ihrem Ende als Krönung der Juden Apostel Petrus gilt ja auch der ganzen Gemeinde ist klar aber wenn ich das immer noch so unterteilen dürfte und Paulus auch als Nationenapostel es gilt flächendeckend allen haltet daran fest ich komme bald es muss doch Gott sehr wichtig sein wenn er diese Hinweise an so wichtigen Schnittstellen positioniert und wir sollen diese Wahrheit nicht weniger ernst nehmen als andere lehren denn sie stellt deren Höhepunkt dar sie ist die Krönung aller Wahrheiten weil Jesus selber wahr ist der diese Dinge bezeugt spricht ja ich komme bald Amen komm Herr Jesus Amen geht ich noch ich darf noch zum Gebet aufrufen lieber Vater wir haben uns jetzt relativ schnell und vielleicht auch nicht ganz so in die Tiefe damit befasst aber ich denke jeder weiß worum es geht es geht um dich Herr Jesus mit dir steht und fällt alles unser ganzes Leben wenn du in unser Leben kommst das sprengt die Ketten wenn du in diese Welt zurück kommst dann bringt es endlich das wonach sich die Menschheit sehnt ach Herr leg du es doch in unsere Herzen selbst dieses wollen und vollbringen mit zu beten Amen komm Herr Jesus Maranatha lass uns Mitternachtsruf sein dass wir rufen siehe der Herr kommt der Bräutigam kommt Lass uns Rufer sein auf zieh uns Mauern Herr Beter die sich nicht schämen das zu verkündigen eingepackt in die ganze Heilslehre deines Wortes wir danken dir dass du uns selbst den Antrieb dafür gibst ich bitte dich jetzt auch ganz besonders für heute Mittag jetzt das Essen das wir einnehmen dürfen und nachher Samuel dieses wunderbare Thema mit alten Verheißungen ins neue Jahr Herr gib ihm Gnade Freiheit Freude hab Dank dafür Amen Amen